Ich bin Jans Fittje, bin 17 Jahre alt, komme aus der Nähe von Erfurt und fahre dieses Jahr in der Formel 3 oben. Also auf die Idee gekommen bin ich, weil ich auch schon über einen längeren Zeitraum auf Facebook das Ganze verfolge und auch die ganzen Workshops gesehen habe und mich das sehr interessiert hat und ich auch gesehen habe, dass zum Beispiel ein Pascal Wellern, der jetzt aktuell in der Formel 1 fährt oder ein Maim Kirchhilfer, der jetzt in der GT Masters an den Start geht und auch im Formelsport, der relativ gut aktiv war, gesehen habe, dass die sich auch über die Jahre da auf verschiedenen Ebenen auch entwickelt konnten und die Möglichkeiten gegeben waren und da wollte ich mich dann auch bewerben, damit ich auch so eine Chance bekomme. Ganz besonders begeistert mich dieses Gefühl, diese hohe Kurunggeschwindigkeit, speziell auch im Formelsport. Jetzt bin ich ja einen Step weiter in der Formel 3 und es ist echt megamäßig dadurch, dass wir dieses Jahr auch einen neuen Unterboden haben, dadurch mehr Downforce. Dieses Gefühl, so schnell durch die Kurven zu fahren, ist echt der Hammer und dann auch dieses Gefühl, über die Ziellinie rüber zu fahren und sein Ziel erreicht zu haben, wenn das Ziel Platz 1 ist, dann als Platz 1 dann auch aufs Podium zu gehen und das ist einfach ein unglaubliches Gefühl. Das ist wie eine Droge. Besonders wichtig und viel zu verdanken habe ich natürlich meinen Partnern. Dann auf der anderen Seite meinen Vater, der von Anfang an natürlich auch mich komplett zu 110 Prozent unterstützt hat und wir nie aufgegeben haben, auch wenn es mal schlecht aussah. Und wir werden immer weiter daran kämpfen, dass wir uns die nächsten Jahre immer wieder verbessern und immer steigern können und dass ich irgendwann als professioneller Rennfahrer da stehen kann. Das ist wie eine Droge. Bis zum nächsten Mal. In Werte. In Werte. Untertitelung des ZDF, 2020